Der Begriff Nachhaltigkeit wurde schon vor vielen hundert Jahren in der Forstwirtschaft verwendet. Ein Wald war nachhaltig, wenn dort nicht mehr Bäume gefällt wurden, als nachwachsen konnten. Mit nachhaltig meinte man, sorgsam mit der Natur umzugehen. Und das bedeutet es heute immer noch. Nachhaltigkeit heißt, die Rohstoffe unserer Erde verantwortungsvoll zu nutzen. Zum Beispiel, indem kein Wasser verschwendet wird. So bleibt dieser Rohstoff auch in Zukunft für alle Menschen auf der Welt ausreichend vorhanden und nachfolgende Generationen haben noch genügend Wasser. Nachhaltig verhalten wir uns auch, wenn wir Dinge nicht wegschmeißen, sondern sie wiederverwenden. Müll können wir recyceln. Und Kleidung, die uns nicht mehr gefällt oder passt, schmeißen wir nicht weg, sondern tauschen sie zum Beispiel mit Freunden. Auch mit Geld kann man nachhaltig umgehen. Wenn man sein Taschengeld spart und nicht alles auf einmal ausgibt, hat man länger etwas davon. Wir verhalten uns nachhaltig, wenn wir bei allem, was wir jetzt tun, an die Zukunft denken. Das bedeutet, mit wertvollen Rohstoffen achtsam umzugehen, Dinge wiederzuverwenden und unser Geld zu sparen. Der Begriff Nachhaltigkeit wurde schon vor vielen hundert Jahren in der Forstwirtschaft verwendet. Ein Wald war nachhaltig, wenn dort nicht mehr Bäume gefällt wurden, als nachwachsen konnten. Mit nachhaltig meinte man, sorgsam mit der Natur umzugehen. Und das bedeutet es heute immer noch. Nachhaltigkeit heißt, die Rohstoffe unserer Erde verantwortungsvoll zu nutzen. Zum Beispiel, indem kein Wasser verschwendet wird. So bleibt dieser Rohstoff auch in Zukunft für alle Menschen auf der Welt ausreichend vorhanden. Und nachfolgende Generationen haben noch genügend Wasser. Nachhaltig verhalten wir uns auch, wenn wir Dinge nicht wegschmeißen, sondern sie wiederverwenden. Müll können wir recyceln. Und Kleidung, die uns nicht mehr gefällt oder passt, schmeißen wir nicht weg, sondern tauschen sie zum Beispiel mit Freunden. Auch mit Geld kann man nachhaltig umgehen. Wenn man sein Taschengeld spart und nicht alles auf einmal ausgibt, hat man länger etwas davon. Wir verhalten uns nachhaltig, wenn wir bei allem, was wir jetzt tun, an die Zukunft denken. Das bedeutet, mit wertvollen Rohstoffen achtsam umzugehen, Dinge wiederzuverwenden und unser Geld zu sparen. Der Begriff Nachhaltigkeit wurde schon vor vielen hundert Jahren in der Forstwirtschaft verwendet. Ein Wald war nachhaltig, wenn dort nicht mehr Bäume gefällt wurden, als nachwachsen konnten. Mit nachhaltig meinte man, sorgsam mit der Natur umzugehen. Und das bedeutet es heute immer noch. Nachhaltigkeit heißt, die Rohstoffe unserer Erde verantwortungsvoll zu nutzen. Zum Beispiel, indem kein Wasser verschwendet wird. So bleibt dieser Rohstoff auch in Zukunft für alle Menschen auf der Welt ausreichend vorhanden. Und nachfolgende Generationen haben noch genügend Wasser. Nachhaltig verhalten wir uns auch, wenn wir Dinge nicht wegschmeißen, sondern sie wiederverwenden. Müll können wir recyceln. Und Kleidung, die uns nicht mehr gefällt oder passt, schmeißen wir nicht weg, sondern tauschen sie zum Beispiel mit Freunden. Auch mit Geld kann man nachhaltig umgehen. Wenn man sein Taschengeld spart und nicht alles auf einmal ausgibt, hat man länger etwas davon. Wir verhalten uns nachhaltig, wenn wir bei allem, was wir jetzt tun, an die Zukunft denken. Das bedeutet mit wertvollen Rohstoffen achtsam umzugehen, Dinge wiederzuverwenden und unser Geld zu sparen. Bis zum nächsten Mal. Versوydet Bis zum nächsten Mal.